Sie soll nicht tanzen. Von unbeschriebenes Blatt. Kapitel 38. Es fehlt ein Stück. Montag, 1.03.2021, 7.30 Uhr. Anwesen der Familie Malfoy Wiltshire. Habe ich gestern noch gesagt, ich könnte warten? Ja, das habe ich wohl. Und ich kann auch nur... Ich will nicht. Wir hatten eine heiße Nacht. Nein, einen heißen Nachmittag zusammen. Bestehend aus teils hemmungslosen, teils schon fast bewusstseinserweiterndem Sex. Wie ich ihn allerhöchstens ein, zweimal mit Tori erlebt habe, als sie schon längst aufeinander eingespielt waren und wussten, wie der jeweils andere es brauchte. Trotzdem habe ich früher nie wirklich wahrhaben wollen, wie viel besser Sex ist, wenn Gefühle mit im Spiel sind. Ich hätte das immer für überbewertet. Andererseits, wenn ich da mein erstes Mal mit Pansy zurückdenke, das hat mich damals wohl eher verstreckt als animiert. Seit gefühlt zwei Stunden starre ich schon auf mein Handy, das in den letzten drei Wochen nicht viel zu tun gehabt hatte. Ein paar Telefonate mit Greg habe ich geführt. Er war auch einmal hier. Wir haben gesoffen, wie üblich. Doch als er das härtere Zeug auspackte, sagte ich nein. Geht noch, dass ich darauf hängen bleibe, und das könnte gut passieren, so desillusioniert, wie ich zur Zeit mal wieder bin. Der Stoff gaukelt einem ein paralleles Leben vor, und dass ich die Dinge im Griff habe. Im Rausch fühle ich mich als King of my castle. In Wahrheit bin ich meines Anwesens sowas von überdrüssig. Früher, mit dem schönen Garten und den weißen Fahnen darin, war es zumindest schön. Es strahlte erhaben sein aus, doch niemals wärmer. Etwas, was der sogenannte Fuchsbau tut, wie Hermine mal so schön behauptet hat. Ich glaube nicht, dass ich dort leben könnte. Ich brauche hohe Decken, sonst fühle ich mich eingesperrt. Hermine kennt einen Zauber, mit dem kann sie Räume auf magische Weise vergrößern. Doch den würde ich niemals hinbekommen. Ist ein paar Nummern zu groß für mich, glaube ich. Wo sonst gibt es solche riesige Räume? In alten Kästen, wie in meinen und in Häusern und Wohnungen von anderen Zauberern. Meine Familie ist wohlhabend, doch sich nochmal einen solch riesigen Klotz anzuschaffen, das kann selbst mein Vater sich nicht leisten. Dabei bräuchte ich gar keine Unterkunft, die so weitläufig und pompös ist wie Malfoy Männer. Ich nutze ja auch bloß mein halbiertes Wohnzimmer, die Küche und, manchmal, wenn ich Lust habe, mich dort hinaufzuschleppen, mein überdimensionelles Schlafgemach. Hast du es ihm gesagt? Mehr steht da nicht auf dem Display. Diesen Satz habe ich heute Nacht abgeschickt, als ich meine Sehnsucht nicht mehr ertragen konnte. Danach habe ich mich wieder schwarz geärgert. Warum konnte ich nicht als allererstes nach ihrem Befinden fragen? Hast du es ihm gesagt? Es klingt so vereinnahmend, anmaßend, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Bloß, weil einer wie ich es sich in den Kopf gesetzt hat, dich zu besitzen. Dann wollte ich noch eine SMS hinterher schicken, die genau das enthielt, was ich zuerst hätte schreiben sollen. Also, wie es ihr gehe und ob sie sich wegen uns schlecht fühle. Ich habe auch keine Skrupel, ihr zu sagen, dass es mir nicht gut geht, dass ich jede Minute des Tages an sie denke, dass ich wieder in ihr sein will, ihren hilflosen Schrei vernehmen, wenn sie kommt, obwohl sie es gar nicht will, weil das zwischen uns ja ach so verboten ist. Diese SMS habe ich dann doch nicht abgeschickt. Wäre zu viel. Bin immer zu viel, das hat mein Vater schon als Kind zu mir gesagt. Und Astoria manchmal, wenn sie mir damit sagen wollte, ich solle mal einen Gang zurückschalten. Meistens bezogen auf Sex. Was mein Vater angeht, so war der große Luscious einfach nur genervt, weil ein kleines Kind eben eine Menge wissen will und oft einen Haufen eben nicht logischer Fragen stellt. Ein Merfer jedoch sollte es im Blut haben, wie die Dinge laufen. Nicht lernen, sondern möglichst schon alles wissen. Er hat mir eine Menge beigebracht, das ist wahr, doch es hat sich nie so angefühlt, als hätte er Spaß daran. Außer wenn er mir von den unverzeihlichen Flüchen und Ähnlichem erzählte. Dann war er ganz in seinem Element. Ich erhebe mich von der Couch und gehe hinüber in die Halle, zum Fuß der geschwungenen Treppe. Dort sehe ich mich um. Mein Vater wollte nie wirklich von hier weg. Er ging, weil meine Mutter nicht hierbleiben wollte. Weil Tori und ich unseren Sohn nicht in unmittelbarer Nähe zu meinen Eltern hatten aufwachsen lassen wollen. Doch jetzt ist meine Frau tot und mein Sohn die meiste Zeit im Norden, und zurück bleibe ich. Blasse Abziehbild meines Vaters, dass es ihm nie recht machen konnte. Ich bin so kalt, so versnobbt und überheblich wie er. Und obwohl er es in späteren Jahren nie mehr gesagt hat, bin ich mir sicher, dass er noch immer enttäuscht von mir ist, weil ich es nicht fertiggebracht habe, zu töten. Kleiner, willfähriger Idiot, der ich damals war. Bei einem eigenen Willen war nie Platz unter seiner Aufsicht. Das Handy in meiner Hosentasche rührt sich nicht. Natürlich nicht. Auf meine impertinente Frage wird sie mir nicht antworten. Was für ein Tag ist heute? Montag. Die Wochenendausgabe des Tagespropheten liegt drüben bei meinen Eltern. Dort gibt es stets eine Extra-Rubrik mit Immobilien. Nicht, dass besonders viel darin stünde. Zauberer tendieren nicht dazu, ständig von einem Ort zum anderen zu ziehen, wie Muggel es tun. Haben sie schließlich nicht nötig, so schnell wie sie Abstände mittels Apparieren überwinden können. Das eine oder andere Geschäftslokal in der Winkelgasse wird angepriesen oder auf Ferienhäuser im Ausland, vor allem im ehemaligen Ostblock. Der Frühling hatte in den letzten Wochen Einzug gehalten. Ich habe es nur kaum bemerkt, weil ich fast die ganze Zeit nur in diesem kalten Kasten verbracht habe. Doch nun denke ich darüber nach, wie es wäre, hier herauszukommen. Selbst wenn es nur Transsilvanien oder Rumänien wäre, die Ferne lockt mich immer mehr. Wie wäre es mit einem kleinen Urlaub? Aber Scorpius wird nicht vor Juni aus Hogwarts zurückkommen und so lange will ich nicht warten. Nein, ich gehe hier langsam aber sicher zugrunde. Außerdem kann ich es mir kaum vorstellen, dass er noch einmal mit seinem langweiligen Vater in den Urlaub fahren will. In ein, zwei Jahren wird er mich sicher anbetteln, ob er nicht zusammen mit seinen Kumpels zwei Wochen an die Goldküste von Bulgarien reisen darf, weil das doch alle machen. Und natürlich werde ich es ihm erlauben. Ich klingt nach einem guten Ort, an dem ein junger Mann sich die Hörner abstoßen kann. Oder seinen Stachel versenken. Verdammt, das geht schon wieder los. Ich habe schon vorher ständig an Sex gedacht, doch seit drei Wochen ist es einfach nur zu schlimm. Seufzen steige ich die Treppe hinauf und begebe mich in mein Zimmer, wo ich die Klamotten, die ich bestimmt seit Freitag schon nicht mehr gewechselt habe, in den Wäschekorb knalle, der direkt neben der Tür zum angrenzenden Badezimmer steht. Im Bad selbst öffne ich die Duschkabine, drehe den Wasserhahn in Form eines vergoldeten Drachen mit Opalaugen so weit wie möglich auf. Das Handy lege ich gleich neben der Dusche auf den Toilettendeckel ab, damit ich sofort sehen kann, wenn sich da etwas tut. Aber das wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Als das Wasser heiß genug ist, stelle ich mich unter die rauschenden Kaskaden und seife mich gründlich ein. Ob Hermine auch gerade unter der Dusche steht? Während meine Gedanken zu ihr wandern, wandert meine rechte Hand am Bauch entlang nach unten. Ist beinahe schon eine Gewohnheit geworden. Ich schließe die Augen und denke daran zurück, wie es gewesen ist, mich ihres Körpers zu bemächtigen. Sie hat sich mir gefügt, sich mir unterworfen, so wie ich es mag, und es kam mir vor, als würde sie es genießen, hart angefasst zu werden. Anfangs war ich mir nicht sicher gewesen. Ich stelle mir Hermine gerne beim Sex vor. Muss auch nicht einmal ich sein, mit dem sie sich vergnügt. Irgendein gesichtsloser Kerl, dem sie sich hingibt, tut es auch. Hauptsache es ist nicht Weasley, dieses einfallslose Kretin. Gesagt hat sie nicht, doch ich denke, dass die Leidenschaft, die sie mir gegenüber offenbart hat, nichts war, das oft von ihr Besitz ergreift. Ich gebe zu, dass ich mir gar nicht groß Mühe gegeben habe, an jenem Tag. Was Sex betrifft, bin ich immer noch ein Egomane, der ich immer gewesen bin. Und im ersten Augenblick habe ich tatsächlich nur an mich gedacht. Seufzend lehne ich mich mit der Schulter an die Wand, während meine Bewegung schneller wird. Nein, sie hat mir nichts vorgespielt. Hermine ist nicht so. Wenn es nicht das gewesen wäre, was sie gewollt und gebraucht hätte, dann hätte sie es mir danach gesagt. Dann hätte sie mich nicht um mehr angefläht, es mich nicht ein zweites Mal und schon gar kein drittes Mal mit ihr tun lassen. Etwas hat ihr gefehlt und ich habe es ihr gegeben. So war das. Wiedergegeben. Wieder und wieder, möchte ich mal so sagen, in geballter Form. Solche Lust kann man nicht spielen. Ich hätte es gemerkt. Sie hatte sich vorgestellt, darüber nachgedacht, sich genauso und genauso lange schon gewünscht wie ich. Da war rein gar keine Zauberei im Spiel. Verflucht. Wie kann sie sich nach solch einem Erlebnis drei geschlagene Wochen nicht bei mir melden? Es geht nicht darum, dass ich hören will, wie gut ich war, wie oft ich sie habe kommen lassen und dass ihr Schlappschwanz von einem Mann sich nicht mit mir messen kann. Es geht darum, dass mir jetzt etwas fehlt. Etwas, das viel weniger greifbar ist als das, was ich in ihr zurückgelassen habe und was auch jetzt wieder aus mir heraus spritzt, weil ich einfach noch immer ihren Schrei in den Ohren habe, mit dem sie auch meine Dämme zum Bersten gebracht hat. Nein, sie hat etwas anderes von mir in sich. Etwas, was ich wiederhaben will, weil ich ohne es nicht weiterleben möchte, nicht kann. Es muss nicht zwingend in meinen Körper zurück, doch muss ich es in meiner Nähe wissen. Zu wissen, dass es da ist, reicht mir nicht. Ich will darüber verfügen, wann immer ich will und deswegen muss Hermine in meiner Nähe sein. Nein, nicht in meiner Nähe, an meiner Seite. Sie muss die meine werden. Schweratmend stehe ich da und denke mal wieder, was für ein schlechter und fadenscheiniger Ersatz es doch ist, sich unter der Dusche Erleichterung zu verschaffen. Doch eins weiß ich jetzt. Ich kann es dem dunklen Lord nachempfinden, wie er sich dabei gefühlt hat, als seine Seele gespalten wurde. Obwohl er es selbst herbeigeführt hat und aus ganz anderen Gründen als ich. Ich hatte keinen Anteil daran, als es geschah. Es geschah einfach. Keiner soll nochmal sagen, dass Sex keine Macht hätte. Doch wahrscheinlich ist gar nichts geschehen bei ihr, bei Hermine. Dass dieser Hohlraum direkt neben meinem Herzen, so fühlt es sich zumindest an, der Platzhalter dort, wo das fehlende Stück meiner Seele gesessen hat. Bei Tori war es anders. Als ich starb, war da nur Schmerz. Fällt mir schwer, mir einzugestehen, dass das, was ich mit Hermine zu haben glaube, über ein gebrochenes Herz und eine verschiedene Liebe hinausgeht. Oh, auch dieser neuerliche Hohlraum tut weh. Auch dieser hat einen Sog. Doch er zieht mich nicht hinter den Vorhang. Nicht auf die andere Seite. Im Gegenteil, er zieht mich hin zu den Lebenden. Hermine ist mein Horcrux. Sie bewahrt einen Teil meiner Seele in sich auf. Ich gebe ihn ihr gern und ich hoffe, dass sie umgekehrt das Gleiche tun kann. Doch hätte sie sich nicht schon längst bei mir gemeldet, wenn dem so wäre? Wenn man einen Splitter seiner Seele vermisst, sollte man dann nicht vielleicht zu dem Ort zurückkehren, an dem er einen abhanden gekommen ist? Wie, um sich zu vergewissern, dass er sicher verwahrt wird? Ich kann so nicht weitermachen. Etwas muss sich ändern und das sofort. Jemand, der hasst, kann mit einer zersplitterten Seele leben. Doch ich habe lange genug immer nur gehasst. Und das ist nicht das, was ich mit dem Kern meines Seins vereinbaren kann. Jemanden, der liebt, ist es eine Qual, ein solches Dasein zu führen. Was will ich? Kämpfen oder untergehen? Meine Eltern haben mich ganz sicher nicht nach dem sogenannten Ungeheuer benannt, das in Schottland alle paar Jahre seinen Kopf aus einem Loch steckt, um dann wieder abzutauchen, so zu tun, als wäre es nie da gewesen. Oh nein, ich bin ein Drache und ein Drache verheißt Feuer. Ich werde mir nehmen, was mir zusteht und niemand wird mich daran hindern können. Wirklich, keiner. Denn wer mit einer zersplitterten Seele lebt, hat nichts mehr zu verlieren.